Hinschauen, aber... Er sieht dich, wenn du hinschaust. Wow. Dann schauen wir schnell nach, was der hier getrieben hat. Hat sich bestimmt vergriffen, man. Aha. Er hat den Kuckuckskraben. Oh, dann geht's er noch weiter. Aha, er hat uns... Ah, ich glaube, das war unser früherer, das ist ich, und das hat uns hier schnell eine Nachricht gekriegt. 18. August, 1839. Ich kann nicht glauben, was ich geworden bin. Eine von den Mädchen erhielt, und ich habe sie nach ihr, all the way upstairs. Ich habe sie heruntergelassen, und... Was ist eine Lebensmittelbarkeit? Wie viele Lebens kann ich nehmen, bevor ich meine eigene Gelegenheit verbreite? Oh, sure, I would kill a murderer, to save an innocent, but to kill an innocent, to save myself? A cold-blooded murderer. Okay, ich will aber zu diesem Heiligtum. Werkearbeit. Okay, das sieht hier total vergnärend aus. Oder? Ich glaube, wir müssten jetzt mit diesem Stab diese Maschine empfrieren, oder? Hm. Schaut, das meine ich. Überall, wo ich hinklang, verletze ich mich. Aber Gette, wir müssten eigentlich irgendwas mit dieser Kugel, glaube ich, machen. Was? Was macht das denn, wenn wir mit diesem Stück fahren? Da ist der Masse dann. Hä? Jo. Gettchen? 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 Okay, hier geht es jetzt auch nicht direkt weiter. Aber geht es? Hallo? Oh mein Gott! Sie haben... Wir müssen... Aufgenommen einmal Tee. Aha, ich glaube ich hab's. Wir müssen... Das... Ein geeigneter Ausschalt ist der Vorlieb, bevor der Tee verwendet werden kann. Das ist bestimmt der Altarraum, oder? Irgendwie kommt der... Ich weiß auch nicht, warum Altarraum. Wo diese Altare sind. Aber wir schauen mal, ob wir da schon durch können. Ich glaube wir brauchen diese Kugel. Was leuchtet da? Geht's? Was denn? Aha, ein Kronleuchter. Was geht ab? Ah, vielleicht. Also hier müssen wir das mit dem Altarraum, glaube ich, oder? Ah, jetzt können wir diese Kugel zusammenbauen, oder? Oh! Gette? Wir haben... Das ist cool. Okay. Das verändert sich. Es wird immer größer, das Stück. Schnell geht durch das Tor. Was müssen wir jetzt? Die Kugel kann die Grenzen nicht von alleine durchdringen. Etwas muss mit der Maschinerie getan werden. Ja, ich weiß auch nicht ganz, aber... Ich fülle jetzt erst einmal komplett das Öl auf. Kann ich da schon durch? Ja. Der Durchgang zum Altar des Kheimers wohl sich in voller Weisheit versperrt. Wo ist... Hast du das auch gehört? Aber ist doch cool jetzt, gell? Ja. Was wird noch folgen? Dies und jetzt. In der neuen Florian Get As Lp-Zeit jetzt am Kiezen. Vielleicht gibt's hier noch irgendwie... Weil ich jetzt schwer gehofft, dass wir... Ist das was? Dass wir mit diesen, ähm... Vielleicht müssen wir auch sonst haben, oder? Irgendwas muss mit der Maschine gemacht werden, stand da. Wir hätten so noch so einen Stopp. Ich hätte gemeint, dass ich den vielleicht so... Ich hätte es zwar ziemlich laut hier so kaputt, muss aber... Hier passiert nichts. Wir müssen was größeres nehmen. Ist das gut? Ich hätte es da müh张 noch hostage. Wir müssen nochen. Wir müssen nochen. Wir müssen nochen. sie können dass sie hier total diese Musik das ist doch wohl groß genug Also da sage ich mir was reingemacht, also bei so einem Knappchen. Jetzt. Die Maschine geht kaputt, deine. Die Zeit ist abgelaufen. Naja, das sollte man nicht tun. Woah. Woah. Woah, jetzt bebt's. Fuck. Was ist denn gerade passiert? Da ist das Monster. Und es kommt wieder zurück. Aber warum kommt die Musik nicht? Wo bist du? Hab ich mir das bloß eingebildet, oder was? Hätte ich das gewusst, dass es so viel Zünderbüchsen hätte ich euch öfter echt Licht benutzt. Hallo. Hallo. Herr Monster. Okay, geht wieder. Oh, Licht aus. Wir luken um die Ecke. Hallo. Hallo. Herr Monster. Okay, geht wieder. Oh, Licht aus. Wir luken um die Ecke. Wir gehen total durch. Nee. Nee. Nee, bitte nicht. Was denn? Das Monster geht genau dahin, wo wir hingehen müssen. Jetzt. Ich hasse es. Da läuft der. Unser Schienbein Junge. Mich die trotzdem noch gern interessieren. Es gibt bloß ein. Wer ist das? Bin das ich? Ist das Alexander? Oder? Dann schauen wir weg. Bevor unser geistiger Zustand. Wir haben echt diesen Kopf absenken müssen. Das ist echt hart. Ja. Da drüben wäre ich auch gern mal eingehen. Alter, bist du langsam. Oh mein Gott, es kommt zurück. Scheiße. Es hat uns gesehen. Oh, oh. Komm, komm. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Runter, runter, runter. Fuck. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Kommt es. Es ist weg. Oder? Gette? Weißt du, was ich... Bist du noch da? Ja. Hallo. He is lying. Jetsz ki, Dabak.